Am Tag danach. Von der blutigen Tat gestern Abend ist hier nichts mehr zu sehen. Ein 13-Jähriger geriet im Streit mit einem 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Mit einem Messer sticht das Kind auf dem Mann ein, mehrmals. Schiffsführer Chris Jansen kennt die Gegend am Hafen gut. Kinder und Jugendliche treffen sich oft am Hafen, erklärt er. Es ist ein beliebter Treffpunkt. Die Tat gestern beschäftigt ihn. Es ist doch sehr, sehr erschreckend, wie Gewalt, ich sag mal, normal geworden ist. Gerade unter den Jugendlichen, fast noch Kindern, wenn ich so dann denke, wie ich aufgewachsen bin. Alles komplett anders, hat sich alles geändert. Gestern Abend um 18.30 Uhr beobachten Ruderer, wie vier Jugendliche um einem Mann herumstehen. Dann geht er zu Boden. Sie rufen die Polizei. Nach Minuten sind die Jugendlichen Tatverdächtigen gestellt. Mittlerweile kann der Tathergang rekonstruiert werden. Der Obdachlose war gestern im Dortmunder Hafen unterwegs. Er ist dann auf eine Personengruppe um das 13-jährige Kind getroffen. Da waren noch Freunde dabei, auch ein Kind und zwei Jugendliche, sehr jung, 14 und 15. Es muss dann eine verbale Auseinandersetzung, vielleicht auch mit gegenseitigen Beleidigungen gegeben haben. Das hat den 13-Jährigen dann wohl veranlasst, mit seinem Messer auf den Obdachlosen einzustechen. Weitere Details werden bekannt. So wird der 31-Jährige nach dem Messerstechen ins Hafenbecken gestoßen. Mit Mühe kann er sich wieder über eine Leiter nach oben retten, dann stirbt er. Kinder, also unter 14 Jahren, können nicht strafrechtlich belangt werden. Und im Moment gehen wir auch nicht davon aus, dass die Jugendlichen an der Tat beteiligt waren. Warum der 13-Jährige ein Messer mit sich führte, ist noch unklar. Die Polizei wertet zurzeit die Handys aus, mit denen die Tat gefilmt wurde. Die Polizei wertet zurzeit die Handys aus, mit denen die Tat gefilmt wurde.